Universal Soldiers Naja und das kann sehr sehr spannend werden hier heute mit 3D Max die natürlich dann nochmal einige Punkte gut machen wollen Wir starten mit der Partie 3D Max gegen P.O.D. Das erste Match hier im EPS Cup Nr. 5 Ja, Playing Ducks meinte ich übrigens, ne? Hast mich gar nicht korrigiert So, Knife Round läuft Bisher noch relativ ausgeglichen Bisschen HP Vorteil bei P.O.D. Aber ich denke grundsätzlich wird es 3D Max auch egal sein auf welcher Seite man hier startet So, beide CTs noch mit 100 HP Struxie ebenfalls mit 100 jetzt angeneift worden So, und damit wird es ganz schwer für Struxie Und El Pacheo hat noch 100 Jawohl Da wird es schwer für Struxie P.O.D. mit der Seitenwahl werden wahrscheinlich als T starten hier Lassen wir uns überraschen was sie picken Ja und Kafka ist der Neuzugang bei P.O.D. Den wir letzte Woche auch vorgestellt haben Wer ist denn da rausgegangen? Äh, kann ich dir jetzt gerade auf Anhieb gar nicht sagen Da waren meine Vorbereitungen schon wieder komplett auf ESWC Als die Meldung da kam Loll Tonics macht Einfach Random Shot hoch Ne, ich glaube dem anderen Spieler der B-gegeist ist Weil die T's erstmal B-orientiert sind Aber, guter Hit gegen Sonics und Nuki hatten Mitte ansagen können Schiebt sich da jetzt auch auf den B-Spot wieder drauf Währenddessen orientiert sich A-Prox da in Richtung lang Aber P.O.D. lässt es relativ ruhig angehen Haben natürlich zwei Spieler schon, die sehr sehr low sind Jetzt Kafka ist da noch hin zu kommen Ja und da sitzt direkt der Molotov So, Mitte geht raus B-Split oder B-Abfahrt wird jetzt hier angesagt Und Sonics steht Nuki muss schnell zurückkommen Der ist schon Richtung T-Base durch gewesen Kann aber damit ansagen Von hinten Trovex, der in der Katas kommt Und jetzt müsste Nuki da Gas geben Macht ihn auch Kann sogar noch einen zweiten Ansagen Boah, Patsche Schöner Shot von Patsche Frankie versucht Die ruhen mir noch eng aus So, 1-2-Situation Und das Schlimme ist aber A-Prox kommt über Katas Und das wird schwierig für Patsche aber Wird auch gesehen A-Prox mit dem Frack aus den Katas Schöne Pistel aber Geht hier hin und her Die, die am Anfang erstmal ein bisschen Hits kassiert haben Lass uns da ein bisschen langsamer angehen Und dann nach dem Kanter-Push Genau richtig reagiert Dass sie dann irgendwo anders Druck machen Perfekt mit rausgeschoben Ja Boah, der Headshot da von Sonics Ein T-Spawn aber Respekt Hat zwar gelackt aber Schau, ob er noch so ein Ding hier drückt Ne, diesmal fährt er komplett durch Schrupsi übernimmt Mitte Kann Kafka's da ein bisschen nitsetzen Und P.O.D. immer wieder mit Aufbau über Kanter unten Ach, muss da gut lang gepusht Viel Kontrolle Ja, kann sogar den Frack setzen Hört auch die Steps Da will aber zu viel Ja, jetzt muss er da wegkommen Macht er gut Und Smoke ist ein bisschen spät Aber er kriegt den Frack Und der Rest schiebt auch Lange hinterher Und da kommt A-Box dazu Um ihn zu supporten Hit ist da Aber keine ganz schlechte Eko da von P.O.D. Haben wir da immerhin zwei Waffen holen können Jetzt sehen wir die erste Equip Und Kafka's mit der Scout Setzt da den Hit an Sonix Und Nuki Jumpt auch nochmal vorbei Und zusätzlich kurz Eingenommen Star Wars und Abrocks Guter Shot von Jhin Jetzt muss L.P.O.D. eigentlich reagieren Und lang einnehmen Ja, aber ähnt dann nur ab Ja, hat da wahrscheinlich Angst Vielleicht nicht unbedingt aufgepasst Dass Star Wars da gefallen ist Und Star Wars eben lang offensiv war Das wäre natürlich jetzt der perfekte Move gewesen Da einen zumindest in der Grube abzustellen Genau Wobei es kann auch sagen Dass es noch zwei B sind Gute Entscheidung Jetzt hat 3D-Wax 3D-Wax nochmal verzögert Lange ein Ja Aber schwer zu halten Jetzt für Struxie Mach den ersten Ja Ja Luki in der CD-Base-Gaun Muss aber auch wegschieben Abrocks mit dem Kill Checkt jetzt nochmal lang Und läuft da Pagero in die Arme Runde sieht gut aus So, jetzt muss Luki auf Zonics warten Ja, Luki mit 2 AP Das ist die erste Runde für P.O.D Sucht er jetzt noch zu safen Gute Entscheidung Wird aber wahrscheinlich so weit kommen Probex will ihn jagen Gesehen, gehört Nein Jetzt wo man rechts guckt Und jetzt ist er am Loch durch Ach du Kacke Wenn er da ein Step weiter links raus macht Dann hat er ihn Aber so ist er weggekommen Aber es wird trotzdem nicht möglich sein Für 3D-Max eigentlich zu kaufen Ach, Manjaro Hat er ersetzt Genau Ah, ok Ja Manjaro Super defensiv jetzt die Aufstellung Hier gerade von P.O.D Zeigen sich da überhaupt gar nicht Momentan Treppchenposition Ja, haben natürlich auch große Angst Sie wissen zum einen nicht Wo ist diese eine Waffe Die gesaved wurde Und zum anderen Das 3D-Max ist natürlich auch In Ecos gefährlich Boah, schöner Frick Ja Kann aber ansagen, dass die Waffe jetzt da ist Coolen Entscheidungen jetzt von P.O.D Schalten direkt um Nehmen kurz einen Ja, und jetzt kann Sonics natürlich In die Cutters reinpuppen Und sich die Waffe holen Waffe aus dem dicken Gesicht So ist das, wie es noch Kann einen machen 3 gegen 3 Situation Und 3D-Max hat zwei Waffen Daraus dann noch das Battle An Lange, El Pagero Low So, das ist auf jeden Fall machbar noch Luki da schon sehr weit gepusht Ja, wusste nicht, dass Lange halt nicht schaut Ich zeigne ihn gerade Wir haben beide Ansagen Und einer lang Aber werden safe Ja, jetzt müssen sie Ja So, Luki fällt diesmal Hat aber auch noch Geld Nächste Runde wird man wieder kaufen können Ja, wobei Mal schauen Staros da natürlich mit wenig Geld Ja, aber Sonics kann legen Genau Und dann kaufen sie Keine AWP im Spiel Darauf muss man verzichten Aber Kafka ist mit einem Vorhin auch in der Mitte Kann gut ansagen Verzuckt sich da Druck sie mit einer ziemlich guten Pose Weiß halt, dass sie Ziemlich oft über Cutters überspielen Zieht nur den Schlitt über Mitte ab Bisschen Hits an Franky machen 74 HP Und Krovax wartet da die ganze Zeit Nur in den Cutters Seine Position Seit bestimmt 20, 30 Sekunden Verharrt Was hat PUD vor? Jin als Einziger Gerade an Kurz Sieht da ein bisschen Das Equipment von 3D Max Jin gegen Staffros Staffros Positiv bekannt Boah Jetzt fällt Abboxer lang Und damit wird es jetzt problematisch Für Strux Und damit wird er auch geholt Wieder Überzahl Situation für PUD Genau richtiges Timing Und wieder Nuki über die Base Und das hat jetzt schon zweimal nicht geklappt Boah Kafkas schief Ja Aber diesmal Und Sonics macht auch sein Frag So Diffuse kommt Nuki hat die AWP dabei Die Kafkas Ihnen da überlässt Jetzt mal schauen Ob Strux Die AWP spielt Ja Da wird Strux Die schon gesucht Hat auch einen sehr sehr guten Spawn Für die Mitte Um da direkt zu facen So Aber PUD Das war gerade gut gespielt Hat es nur am Ende Da ein bisschen Gehapert Und PUD Wieder schnell Mitte So Und Strux Sie könnten sie überfahren Der ist ja momentan Ganz alleine So Und jetzt kommt Nuki Hat die Flash bereit Und jetzt kommen die Boah Kafkas macht den Frag auf kurz So Nuki low HP Musst er jetzt auch weg Strux sie ebenfalls Aber Die Frags sind trotzdem da Gibt's doch gar nicht Kriegen zwei Mann da so low Schade Hätten sie mehr mit der Waffe machen können Oder der Kafkas da Irgendwie was versuchen könnten Nach dem Frag Vielleicht zurückgehen Da waren aber Ziemlich weit vorgepasst Ja da waren sie schon zu weit Um da noch abbrechen zu können Strux sie gewinnt Das AWP Duell So und Cut da Haben sie Glück Da hätte 3D Max Fast nur einen zweiten machen können Wenn er sich da Wenn er da zu viel facet Dann wird er sich da Und jetzt Wir bauen sich da Ziemlich weit vorgepasst so zeigt sich aber keiner in der mitte von 3d max so jetzt geht es wieder raus gute flash gewesen jetzt kommen sie aber da ist die smoke wieder zu spät luki pusht sofort durch aber am tor wartet djinn hat dann mini schlitz und dann hat er gut geflaght worden und jetzt macht auch djinn den frag situation apos kann djinn ansagen weiß dass einer in den cutters sein muss gerade noch mal cutters gespottet und gesehen dass er frei ist jetzt kommt er zurück und dann will auch pajero irgendwo hinschieben runde wieder gedreht bei 3d max so ein pod mit wenig geld bombe zwar gelegt aber ja könnte man halt auf galils gehen aber die frage ist ob das sinn macht die gegen ein 3d max mit low equip in die runden zu gehen aber sie riskieren die Da tut es sich gerade sehr sehr schwer, Star Wars. Das ist das, was ich angesprochen hatte mit El Pajero, jetzt versucht er mal was an, weil Chafos tot ist. Könnte auch eigentlich, weil alleine was zu tun, wenn er in den Kampf kommt. Jetzt muss er rausgehen, weil Kafkas da kurz angesagt hat. Ja, aber er wartet immer noch und das ist zu langsam gerade von ihm. Also da muss er lang einnehmen, auch wenn die Bumbe da noch vor lang liegt. Ja. Kafkas können zwei kurz einsagen plus, dass Star Wars down ist und sie haben keine Eco, dass man irgendwie erwarten könnte, okay, vielleicht ein B-Stack oder sowas. Und jetzt nimmt er lang einen. Da hätte man diesmal viel mehr... Oh, wird immer noch zu spät. So, und trotzdem lässt 3D Maxi komplett den Spot einnehmen. Sondix stirbt da ziemlich dumm, geht alleine halt vor. Probex macht den ersten. So in viel Situation. Dann brauchst du mit dem nächsten. Frankie in der City Base weiß er nichts. Nein, dich zu saven. Ja. Lower P wird deine AWP dann nicht abgeben. Haben sie Glück. 3D Maxi da auf Retake gespielt. Sondix da unglücklich gestorben. Wenn du auf Q drückst, was kommt da bei dir? Map? Ja, scheiße, ne? Warum? Ja, normalerweise ist da diese neue... Diese neuen Graphen, die ich beim ESVC hatte und... Die... Gibt's... Gibt's hier nicht. So, nur die Map. Ist doch schade. Haha. So in diese Statistiken verliebt. Naja. Ich schlug sie gleich Mitte. Ich bin nicht überhaupt dabei. Oh, das schlug sie gleich Mitte. Durch das Draht. Ey, Pagero dreht mal lang. Ziemlich weit vorne. 30 Sekunden auf der Uhr. A-Split verzögert über lang. Die fällt direkt. Beile down am A. Star Wars auch. Der eigentlich seine gute Fläche geworfen hat. Lang ist auch angesagt. Und da hat vielleicht bisschen zwei draus. Ja, und das muss die nächste Runde sein für POD. Ja. Nur kriege ich da direkt saven. Zu der Entscheidung. Wir werden jetzt... Aber die T-Split sollten sie eigentlich jagen. Und sie wissen eigentlich, dass sie T-Spawn beziehungsweise Cutters sein müssen. Wollen sie nicht. Aber haben auch wenig Geld, stimmt schon. Ja, also der Graph ist nicht raus, liebe Freunde. Sondern das ist nur ein Bug irgendwie. Naja. Vielleicht auch wieder auf einem anderen Command-Gebein sind oder so. Wer weiß das schon. Vorhin war es auf jeden Fall mal kurzzeitig da. Naja. Müssen wir ohne Graph leben. Also 5-4. Gelbtechnisch sieht es bei POD jetzt auch ganz okay aus. Also würde jetzt nicht wehtun, wenn man mal wieder eine Runde verliert. Aber in diesem Problem ist nun eher 3D Max, wenn sie die Runde abgeben. Dass sie dann in die Eko müssen. Und POD fährt auf jeden Fall besser mit diesem langsameren Spiel. Langsam einnehmen. Wenn man in den ersten Runden dann noch versucht, ein bisschen mehr über Gas zu spielen. Das funktioniert nicht. So, da stehen sie. Aber... Jhin auch schon wieder kurz vorne. Schiebt jetzt auch wieder zurück. So ein Abrox hat er dann Fragezeichen eingegeben. Ich weiß nicht warum. Ey, Pazero hat da irgendwie lange gekillt. Ist das mit der AFK oder so? Keine Gegenwehr. So, Jhin Bombe picken. Aber Struxy ist da. Gegenflash ist da. Schön von langen Geflecht von Abrox, der da guten Support macht für Struxy. 6-4. Also Freunde, keine Panik. Kuh ist gebeindet. Auch mit Last Inf. Aber... Geht halt nicht... Nicht schlimm. Hab noch ein paar Screenshots von diesem Graphen. Kann ich mir heute Nacht angucken. So, Star Wars. Fällt er wieder. Gezüge ich da nicht schon kurz. So, und jetzt Struxy. Flash kommt. Aber nicht gut. Nicht gut im Flash. Hobex macht mir diesen DSM-Pack. Der gefällt mir ziemlich gut. Der... Oberst. Ja, aber er wird zu spät sein eigentlich. Also wenn, dann müsste er jetzt langsam mal Druck machen. Ja. Ansonsten ist er gelaufen. Jetzt sieht er perfekt aus. Boah, er kriegt sein Gesicht. Ja. Und Gin. Ja, aber soll er anders sein. Wird erst gesehen von langen Abrox da. Da denn. Das war nix mit dem Defuse. 7-4. So, und damit Sparrunde bei P.O.D. Oh, das gibt es jetzt wieder. Drei mit sehr wenig Geld. Jetzt sparen sie wirklich mal. So, und bei Wildfire geht's. Gegen Team Kaya steht es momentan 12-0 für Wildfire CT Inferno. Danke an das gebratene Baby. Maus führt mit 8-3 gegen Coreplay. Und die Playing Ducks mit 9-5 gegen Wasp. Danke an Rob G. Und an den Rob G. So, und Alternate 12-3 gegen Schummler. Danke an den Rob G. Der liefert hier. Der delivert aber hier die Ergebnisse. Der Stavos macht den Frag. Gegen Mitte. Lange ist ebenfalls angesagt. Schöne Flech gegen Struxy von Abrox. Alle Blin. Sogar die Mates, ja. Ja. Jetzt wird rumgetrunken. Jeder darf mal. Ja, das ist... Ja, wie bei der Dorfmudi. Jeder darf mal. 8-4 für 3-D-Max. Und der Chouja möchte nur seinen Namen hören, ohne dass er uns ein Ergebnis schickt. Ne. Sag ich den Namen Chouja nicht. Was? Warte mal kurz. Nein. Nein. So. Hallo? Ja, ja, ja. Alles gut. So. Mittel, natürlich wieder... Gebiet von PLD. Tanik, booster B, kriegt da Gesicht. Ja. Also klar. Koic macht einen ziemlich guten Job. Stavos, vielleicht kann er noch mehr machen. Nuki, immer noch Hexenkiste. Jetzt gehört ein B-Split. Nuki, gute Pose gegen B-Split. Boah. Ich bin nur einen. So, Stavos macht den, der mit rauskommt. Und strukt sie alleine gegen Kafkas. Oh, der kommt dann noch mit Freude zum Plant. Kann er holen. Und der kommt schon einfach bereit. Erwartet. 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 Tänisch dicke Eier. Aber so gefällt mir das. Oh, man. Erwartet. Der ob ksi wartet auf den goldenen Schuss. Und das weiß. Kriegt ihn aber nicht Wildfire mit 14 zu 0, Wahnsinn Und Alternate führt mit 15 zu 3 Das hat zwei gute Tricks, macht den dritten auch noch Und Kafka ist wieder last 55 Sekunden auf der Ruhr 1 gegen 5, was soll er machen? Abrox den vierten geben Bleibt sogar bei der Galil Verstehe ich nicht so ganz, weil er lang ein paar Akas Hat immer wieder Angst, dass da noch jemand von lang dazukommt Abrox mit seinem vierten Frack 10 zu 4 damit der Spielstand Ja und was am Anfang noch relativ gut aussah Wurde jetzt dann doch eine deutliche Geschichte hier für 3D Max Oh guck's dir an, strug sich schon unten Nach den ersten schieb dann sofort weg Geo die weiß nicht was die spielen Gegen Cutters zu 5, dann wieder T spawnen Davos Pushter derweil Beaimt, boah, nach Abrox Abrox hat jetzt von kurz aus Cutter Position übernommen Bombe schiebt aber auch nochmal komplett über Cutters über T-Base Und währenddessen wird lang eingenommen und da wartet nur 22 HP, muss natürlich jetzt aufpassen und vorsichtig sein Noch ist ein 3 gegen 3 Wird natürlich nichts riskiert Abrox lang gespottet, nimmt jetzt erst nochmal kurz ein Damit dann seine Mates vielleicht auch nachpushen können Und jetzt aber steht er viel zu offen Ja, freu ich mich auf Was macht ihr denn da? Ja, ok, Nuki hat Ok, jetzt verstehe ich's Nuki hat von Mitte CT-Base Ausrichtung lang geaimt Und Abrox hofft dann natürlich auf eine Info Weil ich glaube, Nuki hat ja kurz mal Mitte hochgeschaut Was dann natürlich nicht aufgeht Kafka ist gegen lang, muss er gegen 2 stehen Und jetzt mit dem zweiten wird er nicht rechnen mit Sonics Ja, und Sonics kriegt ihn auch Gin da mit dem 101 Und er könnte Das wird er auch holen Gin sagst du? Ja Naja, am Rechner von Rax geht alles Aber nicht mit Sonics Der wusste schon immer, wie er Rax vernaschen muss So, 11 zu 4, Halbzeitstand Und damit kann 3D Max definitiv sehr, sehr zufrieden sein PUD mit den vier Runden wahrscheinlich auch Naja, 3D Max jetzt Wenn sie die Pistole holen, wird das hier eine schnelle Nummer Und bei Wildfire 15 zu 1 der Spielstand Team Karrier also doch noch die Eine symbolische Runde geholt Stehen zu viert für B-Cutters A-Prox alleine Mitte Und dann Richtung Kurz unterwegs Sonics sogar noch mit Molly dabei Aber das wird auf jeden Fall gleich die B-Party werden So, wird ein ganz schwieriger Retake Aber sie haben noch HE, Smoke, Doppelflash So, deshalb Crovex allein gepusht Ja Da sitzen die Shots Ja, also das ist natürlich immer das, was wir Auch als Caster dann nicht mitbekommen Da fragt man sich, warum macht er das Aber, ne, das Spiel hat natürlich auch viel mit Ansagen zu tun Und Naja, wenn er dann eine Ansage bekommt Viele Kurz Dann würde ich auch schon mal Cutters langsam Force packen Um da auszuschließen Um meinem Team zu helfen Dass, äh Die Ansage eben richtig ist War natürlich ungünstig hier So, Franky da mit guten Hits Und ein Cutters rein A-Prox dann auch mit 13 AP rausgekommen Aber sie machen's gut Puschen sofort kurz hinterher Ja, und A jetzt komplett offen So, Harakiri Einverbrender Shots sitzen 13 zu 4 QD mit einer Weiteren Eco Und dann ab der 14. Beziehungsweise Die Runde Nummer 19 Wird dann gegen gekauft Bei PUD Aber 3D mag's dann mit der 14. So, nix macht die Beuten So, ein Crowbex pusht auch nochmal hinterher A-Prox mit dem nächsten In den Cutters Und Crowbex hinter ihm Das dürfte gehört worden sein Jetzt auch gesehen A-Prox mit seinem dritten Frack Macht ein gutes Spiel, Leute Zumindest gegen den Aufbau Gegner PUD Struck, sie hittet er durch die Small Crowbex Und Stab aus Will da aus dem Zweiten Kriegt die noch City Base noch Jin da Wieder eine Blendgranate Geschmissen Und Crowbex Alleine gegen 4 Kann er seine Waffe Versparen gehen Letzte Runde Wahrscheinlich Wenig Equipment Bei PUD Und da sollte 3D Max Jetzt Auch keine Schwierigkeiten haben Das 16-4 Hier klar zu machen Soll ich noch mal Mit einem kleinen Spruch In Richtung Jin Irgendwann nach Hause Auf dem Fahrrad Chatte nicht Kafkas fällt da auch Kann nichts mehr machen 5 gegen 3 Situation Alle verbleibenden CTs Da am A unterwegs Jetzt wird sogar schon City Base abgelaufen Stavos Mit dem Ersten Die anderen beiden Stehen kurz Da ist Nuki da Fällt allerdings Und jetzt wollen sie ihm Jetzt wollen sie ihm Lifen Aber Dann macht es Struxie hier doch Also 16-4 Entschuldigung